ein herzliches hallo zum neuen video so habe gesagt es kommen regelmäßig videos und ich habe mal wieder mal meine kommentare durchgelesen was so die meisten fragen sind auch in meiner whatsapp gruppe übrigens wenn ihr in die whatsapp gruppe wollt da ist jetzt wieder ein bisschen mehr bewegung blende hier unten mal link ein wo ihr euch melden könnt schreibt mir da gerne eine e mail mit eurer handynummer natürlich und dann kann ich euch in die whatsapp gruppe einladen und wie gesagt recht interessant recht guter austausch sind da über 100 mitglieder und da wird ein eigentlich immer geholfen und zum thema helfen wie gesagt es gab immer wieder viele fragen jetzt kommen natürlich immer mehr fragen zum facelift natürlich da kann ich noch nicht so viele beantworten aber ich habe mir gedacht wir fangen mal chronologisch an das ganze thema aufzuarbeiten und zwar werde ich da jetzt in der zukunft mir mal die autos im konfigurator anschauen sachen die ich schon weiß wo gut sind wo nicht so gut sein sollen oder wo man sich vielleicht sparen kann sagen wir mal so und da gucken uns eben mal den leon an oder den den neuen formentor den tabascan den terra mehr und so weiter das schauen wir uns alles mal an und konfigurieren mal wieder ich gebe so ein bisschen meine empfehlung ab und sprechen mal so ein bisschen aus nähkästen was ich schon weiß nichtsdestotrotz werden wir uns aber auch mal die autos in live anschauen auch mal vielleicht nebeneinander stellen vergleichen genau aber jetzt geht es eigentlich schwerpunkt mäßig um ein anderes thema und zwar geht es darum wie zuverlässig sind denn jetzt gebrauchte modelle kann man denn ein auto aus 20 21 kaufen wie sieht es damit probleme aus und so weiter und so weiter und da will ich jetzt mal meinen informationen schatz den ich so gesammelt habe mal zu euch wiedergeben ja und zwar was ich eben so weiß wie qualitativ gut die autos mittlerweile sind beziehungsweise ob es da denn bekannte probleme gibt und aus meiner sicht das größte hinkende bein an dem auto ist und bleibt nach wie vor die software ja die ist natürlich jetzt mit dem vor facelift also das was ich jetzt aktuell noch fahre deutlich besser geworden mit der aktuellsten hardware also man kann sagen modelle aus 2023 haben da aktuelle hardware und software verbaut und die laufen nahezu fehlerfrei du wirst auch immer wieder bei neuen systemen mit einer neuen software immer wieder mal software probleme haben das kennen wir auch von diversen handy herstellen ob das jetzt apple samsung und wie sie alle heißen google ist das wirst du immer haben das lässt sich einfach nicht vermeiden in der heutigen zeit weil einfach wir als menschen oder als kunden die ganze geschichte testen für die industrie das ist einfach so und das ist so ein bisschen das sinkende bein und deswegen würde ich auch sagen ein auto aus 21 22 damit musst du teilweise leben dass die software probleme schon etwas größerer natur sind ja also öftere fehler anzeigen wo am ende gar nichts dahinter ist wo manchmal kommt der antriebsstrang fehler mit der werkstatt aufsuchen auto aus auto an fehler ist wieder weg ja tritt natürlich so ein fehler in kürzester zeit häufiger hintereinander auf dann sollte man tatsächlich mal in die werkstatt fahren ja aber das ist so ein thema software ja und da ist auch ich sage ich mal bei den ersten modellen wenig abhilfe in sicht weil eben da auch noch ältere hardware verbaut worden ist und wie gesagt da kannst du nicht zaubern und da irgendwie eine software drauf machen die am ende tadellos funktioniert ja und das nächste ist natürlich was sich auch nicht ändern weil viele behauptet hätten das hätte sich noch geändert das ist nur beim facelift modell da sind die touch slider also das heißt die bedienung hier unten am infotainmentsystem beleuchtet und für alle die das vor facelift modell haben also auch wie ich und das können auch die letzten sein die vom band gerollt sind die haben noch das alte infotainmentsystem und dort sind die tasten nicht beleuchtet die kann man auch nicht nachträglich beleuchten lassen kannst vielleicht da oben eine funzel hinbauen eine lampe ja und die anstrahlen lassen aber du kannst nix software technisch weiter auch die wildesten gerüchte rumgehen man kann sich dann über obd 11 das freischalten lassen nee da sind keine leds verbaut demzufolge geht das auch nicht auf manchen bildern sieht man vielleicht zu punkte das sind aber die infrarot sensoren weil du kannst ja über gesten kannst du ja das infotainmentsystem steuern und das sind einfach sensoren die du aber selber nicht siehst weil dein auge das gar nicht wahrnehmen kann also wie gesagt auch das ist so ein thema aber es geht wie gesagt ich fahrt schon den zweiten formen tor es geht man kann vieles über die sprache machen oder eben über das infotainmentsystem selber über das touch und das ist ja an sich beleuchtet das display ja und ich sag mal so wenn du weißt wo die tasten sind kannst du mit der temperatur das auch im dunkel verstellen du kannst du die sitzheizung im dunkel an machen und laut leiser mache ich immer über das lenkrad und viele kommen dann natürlich auch die frage kann ich wenn ich zum beispiel den 1 5 habe also den normalen benziner oder diesel als beispiel jetzt den zwei liter diesel kann ich da mir das vz lenkrad einbauen mit diesen start stop knopf und mit diesen fahrdynamik schalter ja du kannst das lenkrad umrüsten also kannst du das lenkrad vom vz in so ein kleineres modell reinbauen lassen mein stand der erkenntnis ist aber dass du dir das nicht kodieren kannst also du kannst ja auch nicht die knöpfe sind zwar da aber ohne funktion ja sieht dann zwar besser aus ob das am ende den mehrwert bringt weiß ich nicht weil es ist du brauchst einen anderen schleif ring innen die schleif wickel federn dies anscheinend anders der kabelsatz ist nicht gelegt ja also nur die für das steuergerät wo dann weiß okay das signal kommt jetzt vom lenkrad ist anscheinend nicht gegeben ich denke mal so wenn jemand ein tüftler ist und software technisch da was machen kann der kann sich das wahrscheinlich schon umrüsten ja aber preis zu nutzen steht in keinem verhältnis aber einfach in die werkstatt gehen und baut mir mal ein anderes wäre ein lenkrad ein und das soll alles funktionieren meiner meinung nach geht das nicht ja aber nur mal so zum thema bei mich da auch ganz viele fragen und und was jetzt immer häufiger mal jetzt wirklich aufploppt ist ein bisschen besorgniserregend meiner meinung nach beziehungsweise ist verwundert mich war eigentlich der motor gerade beim vz 310 also damit 310 ps oder den ich jetzt habe mit 245 ps ist im prinzip derselbe rumpfmotor nur dass wir anderen turbolader haben der 245 ps aber gerade die 310 ps die neigen wohl zum öl schwitzen also die tun ein bisschen ölfeucht werden und wenn jetzt autos nach drei jahren zum ersten hauptuntersuchung gehen wird das bemängelt motor ölfeucht ja getriebe ölfeucht es gab mal eine zeitlange probleme mit dsg getrieben da war oder am verteiler getriebe da war ein simmerring nicht richtig drin gesessen oder es war nicht der richtige simmerring das weiß ich jetzt nicht und dadurch ist das getriebe nach kürzester zeit undicht geworden ja das wurde auch anstandslos von cupra getauscht das getriebe nur jetzt ist es so dass tatsächlich die motoren ölfeucht sind teilweise muss dazusagen mein auto war auch drei jahre alt hatte 90.000 kilometer drauf die 90.000 kilometer drauf und den haben wir uns zum schluss ja noch mal ganz genau angeschaut und da war nichts ölfeucht jetzt ist das natürlich so jetzt kann man natürlich da auch eine glaubensfrage sich so ein bisschen einlesen mit so motoren in stand setzer reden die solche motoren wirklich häufig auf dem tisch haben da kommt natürlich schon immer so ein bisschen der konsens bei raus langer ölintervall es verkogen so etwas die ölabstreif ringe ja das ist einfach so lange ölintervalle bildet sich ölkohle das gefällt der kurbelwellen entlüftung nicht so ja also du hast einen höheren kurbelwellen druck also quasi durch die dämpfe und gase die sich da durch das verdichten bilden das wird ja immer wieder komprimiert und das geht dann über die kurbelwellen entlüftung geht das dann quasi wieder zurück und wird dem motor wieder beigeführt als dämpfe ja und jetzt steigt anscheinend wenn natürlich die intervalle zu lang sind vielleicht auch mal überzogen werden und auch sagen auch wieder die motoren in stand setzer ist auch eine glaubensfrage ich stehe ja dann nach wie vor dazu der kraftstoff e 10 du hast einfach höheren etanol gehalt am ende auch im öl und dadurch steigt wieder der druck im motor da der kurbelgewellen gehäuse druck und deswegen haben zum beispiel auch autos die wirklich stark getunt sind haben ja eine extra öl ablaster kurbel entlüftungstank also wirklich da kommt ja richtig material raus natürlich weil die motoren extrem aufgeladen sind und alles aber weil auch die durch das etanol was die fahren e 85 hast du natürlich noch unheimliche verdünnung von dem kraftstoff und der tut ihr dann das öl verdünnen und dadurch steigt natürlich wieder der kurbelgewell gehäuse druck ja und da sagt man okay dass jetzt anscheinend teilweise die motoren das anscheinend nicht so vertragen mit diesen langen lauf leisten und das ist natürlich so jetzt wird der motor sagt dir selber oder das auto sagt dir selber wann du hier zum öl wechsel sollst aber das sind manchmal 20 25.000 kilometer dazwischen ja und deswegen empfehle ja ich und nicht nur ich auch andere einmal im jahr oder spätestens alle 15.000 kilometer ich mache sogar alle 12.000 kilometer ein öl wechsel ja und bei mir kommt das immer ein ich habe jetzt drei öle jetzt in letzter zeit getestet vorher hatte ich immer motul robe dann hatte ich motul jetzt zum schluss die letzten zwei mal ist jetzt bei mir mk drin kommt hier bei mir aus der region wird hier hergestellt und wie gesagt kommt einfach ein gutes namenhaftes ölwein ja wo nicht irgendwie so eine ebay plüffe ja und das regelmäßig wie gesagt an meinem motor war nichts dran wir haben ja den sogar mal mit dem endoskop angeschaut und aber es häufen sich jetzt eben die nachrichten dass jetzt ich weiß jetzt bestimmt schon von 10 15 autos wo tatsächlich die hauptuntersuchung bemängelt wurde motor ölfeucht ja und dann fährst du dann zum copra und wenn du glück hast hast du noch garantie ich mir sind jetzt bis jetzt noch keine kulanz fälle bekannt das soll nicht heißen dass es keine gibt aber bis jetzt wurde immer alles auf garantie getauscht und da wurden tatsächlich neue motoren eingetauscht weil wo auch irgendwelche simmerringe dichtungen wohl danach geben oder irgendwelche anscheinend bei jemand war mal irgendwie eine bohrung falsch und da hätte da wohl das öl rausgedrückt ob das überhaupt so möglich ist und ob die werkstatt das von von außen her begutachten kann und das herausfinden kann tue ich jetzt mal bezweifeln aber ich weiß halt dass die motoren ölfeucht sind teilweise und wie gesagt immer wieder die vz 310er also der ea 888 generation 4 und was nicht bekannt ist also wo ich bis jetzt noch nie was gehört habe sind turbo laderschäden wenn man überlegt was damals bei der ersten generation golf 7r für turbo laderschäden gab natürlich die autos auch recht her getreten worden sind soll heißen du musst so ein motor einfach immer warm fahren du solltest mindestens 80 grad öl temperatur haben bist du so ein auto mal richtig auf den kopf tritt und genauso wenn er dann mal über 100 grad ist beziehungsweise im sommer hat er auch mal schnell 110 115 120 grad motor öl temperatur dann solltest du schon nach einer gewissen fahrt den auch mal wieder abkühlen lassen einfach ein bisschen slow down ja einfach rollen lassen keine hohen drehzahlen ja dass der motor einfach ein paar kilometer mal wieder sich abkühlen kann das motor öl das ist ganz entscheidend also motor warm fahren motor kalt fahren und ja was ist jetzt da meine empfehlung zu den autos aus aus vorigen generationen also gerade 20 21 22 modelle ich persönlich ich persönlich würde kein modell aus 21 kaufen ich persönlich ja weiter waren die kinderkrankheiten noch sehr groß ja 22 wurde es besser 23 war schon nahezu perfekt würde ich sagen ja wie gesagt probleme gibt es immer und wenn du jetzt gerade so ein modell ein junges modell aus ende 22 anfang 23 hast ja dann sind das wirklich so autos mit zwei jahre die kammer kaufen ja die haben wahrscheinlich nicht viel kilometer drauf ich sage jetzt mal zwischen 30 50.000 kilometer wird sich das belaufen ja die hatten noch ihre werksgarantie die waren entsprechend zum kundendienst ja die haben ihren öl wechsel bekommen und da spricht nichts dagegen eigentlich da ist dann auch die software schon besser dann kommt immer darauf an wo kaufst du so ein auto kaufst du das irgendwie auf so ein schotterparkplatz bei so ein fähnchen händler da ist natürlich immer schwierig wo soll der dir helfen wenn es ums thema software geht update geht probleme gibt vielleicht kulanz anfragen bei kupa ja da kann er dir auch nicht helfen deswegen würde ich da schon zum händler gehen also wirklich zum seat kubra händler von mir aus noch audi seat vw skoda die könnte auch noch was machen weil eben dass alles konzerngeschichten sind und deswegen würde ich so ein auto da kaufen natürlich sind die autos klammer 234 tausend euro teurer aber da kann man schon mal hingehen und sagen hör zu wenn ich das auto mitnehmen da möchte ich da die aktuelle software drauf haben ja das kann der händler halt machen der fähnchen händler schotterplatz verkäufer kann dir da nicht weiterhelfen ja das dazu also ich werde auf jeden fall die aktuellste software mitnehmen ich würde immer immer egal wann der erst gemacht worden ist immer frische inspektion das heißt kundendienst und ölwechsel mitmachen lassen und tüv ja und wenn der noch zwei jahre hat egal also das wäre bei mir immer das minimum auszuhandeln ist eine brembo bremse verbaut ja auf jeden fall nachlass runterhallen also entweder auch da neue scheiben belege drauf machen lassen oder zumindest gleichen nachlass runter weil wie gesagt die brembo bremse ist in den meisten fällen nicht langlebig bedeutet nach teilweise 12 15 tausend kilometer wenn sie neue ist fangen die probleme schon an und die ziehen sich dann bis 20 25 30 tausend und dann ist die bremse je nach fahrer durch das bedeutet neue scheiben neue belegen da bist du ganz schnell bei 2000 euro also wie gesagt das muss jeder wissen und wie gesagt und wer jetzt jemand sagt ah das auto was ich mir da anguckt der 310er oder der 245er oder der mit 190 ps oder der hybrid der hat keine brembo die wollte ich eigentlich schon nimm die normale cupra bremse du wirst es nicht bereuen ja auch wenn du ein strammer fahrer bist ich fahre auch gerne stramm ja und ich habe hier viele kurven berghoch runter ich brauche die bremse ja da kann man immer sagen ja wer bremst äh verliert und wer länger schnell fährt bla bla was was bringt das mir wenn ich äh wenn die kurve kommt und du kommst da mit einer hohen geschwindigkeit an da musst du irgendwann bremsen ja kannst ja nicht bestehen bleiben das geht ja nicht ja also dummes geschwätz und äh das sind halt so sachen also wie gesagt ähm und wenn du dann so ein auto hast wirklich was schon teilweise schon wirklich aus 21 ist und du bist ja unsicher deswegen tüff neu machen lassen wenn da nämlich bemängelt wird motor ölfeucht dann steht es im bericht und du kannst es nachvollziehen kannst du am händler gehen sagen ja das will ich behoben haben ähm hast du das nicht dann geh wirklich es gibt institute ähm äh sachverständigen äh dekra gtü da kannst du hingehen die schauen dir das auto durch da zahlst du von mir aus jetzt weiß ich nicht 100 120 euro die prüfen dir das auto die gucken ob die stoßdämpfer in ordnung sind die bremsen äh ob der motor ölfeucht ist und so weiter die gucken dir das alles durch das abgas system alles die regelsysteme alles funktioniert dann kriegst du deinen prüfbericht und dann weißt du wie gut dein auto oder wie schlecht dein auto ist das gibt es jetzt mittlerweile auch für hybrid autos für die batterie die wird dann da getestet wie viel kapazität die noch hat da darf man sich nicht auf die werte vom händler verlassen weil die kapazität je nach laden ob du mal hier vollgas lädt oder voll lädt oder wie oft du die lädt lässt lässt einfach so eine kapazität vom hände vom von der batterie nach und das kann man auch teilweise mittlerweile schon in prüfingenieure oder ebenso institutionen bosch tester und so weiter die können das herausfinden oder manche werkstatt zum beispiel die autodoktoren machen sowas auch die könnte genau sagen wie wie gut deine batterie noch ist ja und das sind eben so sachen ja also an und von sich spricht nichts gegen die autos man muss ein bisschen aufs bauchgefühl hören ein bisschen gucken sind viele steinschläge vorne in der front die scheibe vielleicht dann kannst du davon ausgehen dass das auto stark benutzt wurde also wirklich schnell gefahren worden ist auf der autobahn dicht aufgefahren worden ist dann spricht das eher für einen heizer oder natürlich für einen langstreckenfahrer wenn du jetzt jemanden hast der der monat hier 20.000 kilometer auf so ein auto ballert ja weil der wirklich jeden tag quer durch deutschland fährt ja der hat natürlich auch viele steinschläge vorne dran aber der hat natürlich dann auch nach ein zwei jahren hatte da 100 120 150.000 kilometer auf der ohr stehen das ist dann wieder die andere frage ob so ein auto dann überhaupt sinn macht ja schauen es gibt für gebraucht waren anschluss garantien die muss man nicht mal über den hersteller nehmen da gibt es freie versicherungen da kannst du dein auto dann bewerten lassen und dann zahlst du da einen betrag weil es macht bei so modernen autos schon sinn so wie jetzt getriebeschaden oder letztens hat einer gesagt einfach nur ein scheinwerfer so ein scheinwerfer mittlerweile mit matrix led kostet schnell 1000 1500 euro wenn da so ein steuergerät kaputt geht motorsteuergeräte auch vierstellig und deswegen schließt so eine gebrauchtwagen garantie ab guckt was damit versichert ist bei den günstigsten ist meistens nicht so viel mit versichert genau das was du dann brauchst ist nicht mit versichert ja also das sind so meine empfehlungen aber all und für sich spricht nichts gegen die autos wie gesagt modelljahre 22 23 hätte ich jetzt weniger bedenken ja und einfach schauen einfach bis aufs bauchgefühl hören und gucken wo man so ein auto kauft kaufen das beim händler oder auf irgendwie so einen hinterhof schotterparkplatz ja oder von privat privat der kann die am ende auch nicht mehr helfen ja schwierig klar die preise sind am ende schon günstiger aber wenn dann was ist du zahlst immer drauf ja dass du meine empfehlung und wie gesagt wir schauen uns jetzt auch mal gebrauchte an im internet wo ich meine das ist ein gutes geschäft ein gutes deal ein guter deal da hätte ich ein gutes gefühl bei und wie gesagt dann schauen wir uns eben auch mal die neuen modelle an also das war es wieder von mir genug gesappelt ich hoffe ich konnte für den ein oder anderen paar fragen beantworten ich sage danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal macht's gut ciao